Wenn ihr ein Partisaner im Wald seid, habt ihr gesagt, habt ihr gearbeitet wie eine Krankenschwester? Ja, ich habe gearbeitet wie eine Krankenschwester. Und was lebt ihr denn? Erstens, ich gehe an die Verwundeten von der Regierung. Gleichzeitig gehe ich auf eine neue Aufgabe. Ich gehe an die Gefahr und die Verwundeten. Die Partisaner, ich gebe die erste Hilfe. Ich gehe an die Medizin, die ich wegkriege, vom Hauptstab. Und gleichzeitig gehe ich, die einzelnen Partisaner kennen, reden zu mir, auch abreden sich von Harsen. Hast du gemein Ingler und Mäidlach? Ja, Ingler und Mäidlach. Und wie gesagt, was hat sie wehgetan? Und sie haben gedacht, Harsen soll keinen äußern. Ich bin ihr gewinnt, was ihr habt ihr verdämmt. Und ich werde äußern sehr als Sache von sehr Überlebenden als Jugendlichen. Was sie machen dürfen, was sie erleben und was sie durchgemacht. Und ständig gegeben sich Hilfe in dem, dass es alles in Ordnung ist. Sie wollen nicht vergessen, die guten Zeiten. Und sie sollen angemessen leben, wie am besten man kann. Und das ist geblieben, ich mit mir. Sachen, die sich im ganzen Ort abgerät von Harsen, was sie kennen wollten, sie nicht erzählt. Und bei mir ist es geblieben. Und von wem hat ihr sich gekannt, Adolprennen von Harsen? Zu sich allein. Zum Badoyang ist es nicht geblieben. Ich bin geblieben mit sich. Ich habe gedacht, es sei sehr stark. Und ich habe es aber müssen sehr stark sein, nicht nur zu helfen anderen, nur sich allein mit dem, durch andere sich allein helfen. Ja. 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 Dann noches kurz. Puh. Okay.